hallo liebe freunde herzlich willkommen wieder zu einer neuen folge hier bei minecraft medieval wir als kleiner zwerg wollen hier eine große unterirdische stadt was auch immer bauen und ausheben und da haben wir in der letzten folge so ein bisschen diese treppe gemacht und haben bisschen nett geplaudert zukunft des kanals und so weiter und jetzt in dieser folge möchte ich hier einen großen raum ausheben und ich habe hier schon mal ein bisschen sage ich mal angefangen damit ihr so ungefähr schon mal die dimensionen wisst das wird quasi ja unser erster unsere erste große halle sage ich mal und von dieser halle aus sollen dann links und rechts so ein paar gebäude wohngebäude eventuell für die villager dann am ende werden oder was heißt villager für unsere kolonie bewohner weil wir wollen ja mit mine colonies ein bisschen arbeiten hier hier wie ihr schon seht bin ich leider eins zu weit unter einem see gekommen also ich müsste quasi dann noch mal oben ein bisschen terraform dass man das alles nicht sieht weil das ist sonst ja bisschen schwierig sage ich mal aber wollen wir erst mal weiter ausheben und schauen wo uns das alles hinführt hier auf jeden fall kriegen wir eine menge ressourcen die wir später zum bauen brauchen auch ein paar ja neue steinsorten sage ich mal da kann man dann vielleicht ein bisschen alles schöner machen und schauen was wir mit denen alles machen können und schauen wo uns das alles hier am ende hinführt so ein gem ohr haben wir auch schon gekriegt da ja keine ahnung was ich da so wirklich mit anfangen soll das werden wir alles noch ausfinden und es eventuell auch was für viel später habe ich eigentlich holz dabei da könnte ich hier eigentlich eine werkbank machen dass ich nicht mehr hoch muss aber nein habe ich natürlich nicht wie sollte es auch anders sein hier oben waren auf jeden fall schon mal ein paar sachen am einschmelzen platinum ohr vielleicht kann man darunter was schönes draus machen oder habe ich mal ein bisschen was nach aber nicht allzu viel weil wir brauchen ja auch noch fackeln so dann nehme ich hier mal das holz raus und werfte mich hier erst mal noch ein paar stücke ja mama ist anders sieht erst mal ein paar spitzhacken sind drei stücke wurden ja was soll es aber das holz nehmen wir mit runter ja da müssen wir nicht ständig immer wieder hoch rennen aber ich renne jetzt doch noch mal hoch um mein inventar leer zu räumen damit wir dann auch platz haben für die ganzen sachen die wir hier kriegen ja das sollte erstmal reichen gehen wir wieder neu runter und bauen weiter aus ok liebe freunde ich habe jetzt hier beim graben so eine kleine struktur gefunden aber hier ist auch ein ja nicht so netter gesell möchte ich mal sagen aber das sollte mir doch egal sein ich guck ja trotzdem mal was hier so drin ist ist bieten so bläht da ist er doch bleib mir vom leib wir wohnen heute oh gott hundertzwanzig herzen hat er daniel der schreckliche ok daniel na aber viel schaden macht er mit seinem bogen nie ok ich habe gerade ziemlich guten lauf er schießt nicht mehr oder kann nicht schießen und ich schlage ihn hier einfach die ganze zeit platt das ist aber schön dass er so läuft und gleich haben wir ihn auch ui 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 der hat aber tolle sachen gejobbt ich werde mal hier ein bisschen stone wegwerfen und die sachen einsammeln och schöne schuhe Iron Legends Iron Chestplate Schön, schön Hat er noch irgendwas? Gefrosteten Knochen Error of Also Pfeile Langsamkeit Was ist das hier? Jetzt haben wir hier noch Boots of Swiftness Okay Einen kurzen Boost für Movement Speed Also Schnelligkeit Potion of Mana Reconciliation Einen Elite Power Bow Ui Also ich werde hier mal Den Cupplestone reinwerfen Die Sachen die ich Gerade nicht brauche Flint Cool Na das kann ich gerade hier lassen Und nehme mal hier so die Schönen Sachen mit Schematic Die Robes nehme ich mit Strings kann man bestimmt auch brauchen Iron Horse Armor Schön Potion Brot Den Head nehme ich mit Knochen Ja komm die Schuhe Was war hier nochmal Knochen Weed Iron Inga Schön Nochmal Noch eine Potion of Mana Reconciliation Hunter's West Drogen Sword Blade Drogen Sword Blade Rocky Stone mal hier Light Feather Und ein Enchantment Book Super Charge 2 Schön Schön Bei Waffen die man wirft Also wie ein Sperr nehme ich an oder so Oder vielleicht gibt es auch Wurfäxte Ich weiß es nicht Reduziert die Zeit um 20% Reduziert die Zeit um 20% Ein paar Spitzhacken gemacht Einfach nur damit es etwas Äh Ja Schneller geht Und die auch mehr Haltbarkeit haben Ich hole jetzt noch die letzten Sachen hinten aus den Kisten raus Die ich da kurzfristig Ähm Gelagert habe Und werde dann einfach Zwischen den Folgen hier noch ein bisschen weiter Ausheben Und Ja Genau Das war es jetzt eigentlich Weil alle Sätze in den Folgen zu zeigen Äh Ja ich weiß ja nicht So Nimm hier Alles mit Was wir brauchen können Also ich bin Ehrlich Na gut Den Flint nehmen wir mit Rock Gut Was kann man daraus machen Block Okay Oh Sehr schön Die Ähm Macht 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 Das Die Crops Schneller Wachsen Aber Mehr Auch Nicht So Was brauchen wir denn sonst noch Gunpowder Ja Eigentlich Nie Cobblestone Ja Kann man mitnehmen Die Pfeile Lass ich mal Was brauchen wir denn Hier Rottenflash So Die Kisten Nehmen wir noch mit Spart Spart uns auf jeden Fall Holz Aber dafür muss ich noch was anderes Wegwerfen Ja Dort Stairs Wofür braucht man Ne Dreck Treppe Also mal ernsthaft So So Diesen Raum Dass hier niemand Spawnt Werde ich auf jeden Fall mal aus Leuchten Die Mosse Stonebricks Die werde ich auf jeden Fall Äh Noch mitnehmen Äh Weil Die Ja Kann man vielleicht immer gebrauchen Aber wie gesagt Freunde Ich schaffe die Sachen noch schnell zurück Mache mein Inventar leer Hebe hier auf jeden Fall ein bisschen Den Raum weiter aus Ich werde wahrscheinlich nicht komplett alles machen Ich werde jetzt hier erstmal oben den Rand rumziehen Äh Die obere Schicht abtragen Die Decke reinziehen Weil die ist auf jeden Fall sinnvoll reinzuziehen Während wir noch so weit oben sind Und Genau Dann werde ich wahrscheinlich von vorn an Immer Stück für Stück was Weggraben Und Schon anfangen Etwas auszubauen So weit wie wir es eben haben Und dann werden wir Je nachdem wie wir es eben brauchen Immer weiter nach hinten gehen Bis die ganze Halle irgendwann ausgehoben ist Beziehungsweise Werde ich das vielleicht auch Immer mal wieder zwischen den Folgen Immer weiter ausheben Immer weiter So wie wir es eben brauchen Aber Liebe Freunde Ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Und euch hat die Folge hier Spaß gemacht Wir sehen uns Hoffentlich beim nächsten Mal wieder Bis dahin Und Ciao